Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 14. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1248 und ihr hört mich aus der Grippestation. Ja, die Familie hat es erwischt, die Schule, das ganze Dorf irgendwie, also auch die Schule bei meiner grösseren Tochter in drei Dörfern weitern, da ist alles krank. Also in grossen Mengen, das ist nicht schön und deshalb gab es gestern keine Episode dafür. Heute wieder mit Disney Plus, AOD, EMI, Revolut Pay, Abecon und Acara. Dann starten wir gleich mal mit dem AOD, dem Always-On-Display von Apple. Das ist sehr smart und sehr intelligent, denn es merkt, wenn die Person, die es besitzt, nicht mehr im Raum ist und schaltet sich aus, sodass dann das Always-On-Display nicht mehr Always-On ist, weil ja, es verbraucht ja Strom. Und auch wenn es auf ein Herz runtergeregelt ist, möchte man möglichst wenig Strom ausliefern, wenn auch potenziell niemand draufschauen kann. Wie tut das Apple? Das funktioniert nur, wenn ihr eine Apple Watch habt, wenn nämlich die Apple Watch das iPhone verlässt und da kommt wieder mal der sagenumwobene H1, ne, wie heisst er? 1-H? H-U-U-1-Chip zum Einsatz, der in der Apple Watch drin ist und mit dem iPhone kommuniziert und merkt, wenn es eben nicht mehr da ist. Ich finde das geil. Ich finde einfach, ja, Apple macht es einfach toll. Genau. Weiter geht's mit den EMI 2022. Da räumt unter anderem auch wieder Ted Lasso ab. Auch wenn es aktuell gerade keine neuen Episoden gibt, haben die aus der zweiten Staffel richtig abgeräumt. Nebendran auch The White Lotus, eine HBO-Serie, die zahlreich abgeräumt haben. Und das war so im Bereich des Comedien-Geschichten. Weitere Abräumer sind Squid Game oder Ozark. Ja, kenne ich das eine vom Hörensagen und das zweite vom Schauen. Und das mit Schauen ist Ozark und wie man es auch immer ausspricht. Neu hat Revolut, das britische Fintech, eine Bezahlmethode ins Leben gerufen, die sich Revolut Pay nennt. Und was soll das sein? Ja, vom Prinzip her eigentlich das gleiche wie PayPal. Das ist eine Vermittlungslösung, um Dinge zu bezahlen in diesem Internet. Man kann ganz einfach in Shops und so wie bei Apple Pay oder eben bei PayPal auf den Knopf drücken. Dann mit dem Validieren, mit Face ID oder dem Fingerabdruck. Oder den Zugangsdaten, wie man es dann auch immer löst für sich selber. Und schon wird das Ganze hinterlegt, bezahlt und die Adresse automatisch überliefert. Eigentlich von Seiten von Revolut sehr stimmig. Und ja, ich wundere mich, dass sie es nicht schon länger gemacht haben. Denn die sind ja extrem fleissig am neuen Features entwickeln. Spannend ist es für Shop-Anbieter, denn die bekommen zahlreiche APIs und eine ganze SDK, um das Ganze einzubinden. Für einen Shop-Anbieter ist es sogar, wenn man es ganz einfach halten möchte, mit einem Plugin getan. Ob und wann es auch in die Schweiz kommt, das weiss ich aktuell nicht. Aber es gibt auf jeden Fall bis zu 20 verschiedene Währungen, die man den Kunden anbieten kann. Und damit man dann auch ein bisschen in die Pötte kommt, hat man es relativ einfach gemacht von Seiten Revolut. Man hat nämlich für die Händler fast keine Gebühren, vor allem keine monatlichen Gebühren, die man da veranschlagt. Ich nehme an, das wird sich irgendwann dann auch mal ändern, aber somit könnten sie schnell eine gewisse Durchdringung erfahren. Weiter geht es mit einem neuen Gadget aus dem Hause. Ikea, das auf den Namen A-Becken hört und das hilft euch beim Wassersparen. Es ist nämlich ein ganz einfaches Gadget, braucht keinen Strom, hat keinen USB-C-Anschluss. Man schraubt es einfach unter sein Ikea-Mischbatterie, also unter den Wasserhahn von Ikea. Soll auch mit so ziemlich allen anderen Wasserhahn funktionieren. Unten drauf geschraubt und man spart deutlich an Wasser, denn es geht im normalen Modus bis auf 0,25 Liter pro Minute nur noch durch. Und wenn man den Sprühmodus nutzt, sogar noch 1,9 Liter, die da durchgehen. Ein normaler Durchfluss liegt bei 5,7 Liter pro Minute, also deshalb ist das definitiv etwas, was man sich unbedingt anschauen sollte. Ich werde auf jeden Fall nächstens in die Ikea gehen, oder besser gesagt meine Frau. Wir haben da noch zwei, drei Dinge, die wir kaufen müssen und das wird auch in zwei, drei Mengen, zwei, drei Mal im Einkaufskorb landen. Finde ich nämlich toll. Weiter geht's mit Acara und die haben, nachdem es bei Android schon passiert ist, jetzt auch die iOS App geupdatet. Warum habe ich das nicht wirklich mitbekommen? Ich nutze zwar haufenweise Sensoren und Knöpfe und alles mögliche von Acara, aber ich nutze deren App nicht. Mittlerweile schaut sie richtig schön aus, richtig aufgeräumt, richtig modern. Es könnte fast soweit sein, dass ich sie mal ausprobiere, aber die funktionieren einfach, die Sensoren. Ich wüsste nicht, weshalb ich die App dafür nehmen sollte. Aber vielleicht gibt es bald mal was Neues da und dann kann man das Ganze ausprobieren. In den Shownotes auf daily.geektalk.ch findet ihr auch einen Link zu meiner Anleitung, wie man die Nummer zur Digital Republic wechseln kann. Wurde ich mehrfach gefragt. Ein Provider, auf den wir zumindest ein Teil der Familie schon mal umgezogen sind. Sehr, sehr praktisch. Geht einfach schnell und digital und vor allem monatlich wechseln etc. Schaut es euch doch mal an, wenn es euch interessiert. Ansonsten lasst es sein und habt einen schönen Tag. Und ach nee, eines habe ich noch. Eines habe ich noch. Ich habe euch doch Anfang der Woche, war es glaube ich, von der Serie mit Selena Gomez und dem, ach wie hieß er nochmal, Martin, irgendwas erzählt. Möchtet ihr euch erinnern? Aktuell gibt es für Bestandes- und neue Kunden, die nicht mehr bei Disney sind. Also die neue Kunden waren ja noch nie, aber Bestandeskunden, die nicht mehr da sind. Ein Monat Disney Plus für 1,99 Franken. Die habe ich mir gleich gegönnt, weil da sind die ersten zwei Staffeln der Serie mit drin. Und die sollte man sich anschauen. Die Serie hört übrigens, muss ich hier nach drüber blicken, Only Murders in the Building. Meine neue Brille sei Dank, mit der alten hätte ich das gar nicht gesehen. So, zu viel der Informationen. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.